Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich solche Fahrradpedale hier richtig austauschen kannst, wenn diese einfach schon relativ abgenutzt oder vielleicht sogar schon kaputt sind. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Um das Pedal jetzt richtig auswechseln zu können, müssen wir natürlich erstmal unser altes hier runter machen. Hierfür haben wir zwei Möglichkeiten. Zuerst natürlich schauen, dass das Fahrrad erstmal feststeht, das ist ganz wichtig, und dann entweder mit einem 15er Gabelschlüssel hier vorne ansetzen und in die Richtung zum Hinterreifen drehen. Also nicht nach unten, so wie es leichter wäre, hier geht es nicht, sondern in die Richtung, wo dieser Leerlauf stattfindet. Dasselbe müssen wir übrigens auf der anderen Seite drüben auch machen, immer Richtung Hinterrad, wo dieser Leerlauf hier ist. Ich mache es jetzt nicht mit einem 15er Gabelschlüssel, sondern mit einem Imbusschlüssel, denn bei mir, es ist schon ein relativ neueres Modell, kann ich hier hinten noch mit einem Imbusschlüssel reingehen, um das Fahrradpedal zu lösen. In meinem Fall brauche ich einen 6er Imbusschlüssel. Diesen gebe ich jetzt einfach mal hier hinten so rein, dass er relativ nah bei dieser Drehtkurbel dort ist. Hier entsteht also ein V, denn das hat den Vorteil, das kannst du übrigens mit dem Gabelschlüssel auf der anderen Seite genauso machen, dass ich nun mit der einen Hand hier meine Drehtkurbel schön festhalten kann und dann meinen Imbusschlüssel in diese Richtung schön drücken kann. Wenn ich das nämlich nicht mache, habe ich das Problem, dass er hier dieser Leerlauf ist und ich dadurch nicht wirklich viel Kraft aufbringen kann. Den Rest kann ich jetzt aber per Hand abdrehen. Das erste Pedal ist draußen und dasselbe Spiel machen wir auf der anderen Seite jetzt natürlich auch noch. Bevor ich es vergesse, es kann auch sein, dass bei älteren Rädern dieses Gewinde natürlich schon relativ festgerostet ist und dass sich das nicht einfach so lösen lässt. Hier dann am besten Griechöl, also spezielles Griechöl verwenden, wie zum Beispiel bei mir jetzt von Würth oder WD40 zum Beispiel, ist auch recht bekannt und dieses einfach mal hier etwas in den Gewindegang hinten reinsprühen und dann einfach einwirken lassen. Dadurch wird das Gewinde wieder leichter freigemacht und du kannst danach hier dieses Pedal natürlich auch leichter abmachen. Die beiden alten Pedale sind ab und jetzt schauen wir uns einmal die zwei neuen an. Diese schauen am Anfang gleich aus, doch es ist hier vorne, es sind zwei verschiedene Gewinde vorhanden. Einmal ein Rechtsgewinne für die rechte Seite hier und einmal ein Linksgewinne für die andere Seite. Am leichtesten kann man das erkennen, indem man mal das Pedal etwas genauer anschaut. Bei mir steht hier zum Beispiel ein großes L und bei dem unteren ein großes R. Also das obere ist für die linke Seite und hier das R ist für die rechte Seite geeignet. Als nächstes fetten wir am besten mal unsere Gewindegänge hier vorne noch etwas ein. Das ist jetzt ein spezielles Fett für Gewinde. Das hat einfach den Sinn, dass wenn wir das reinschrauben und irgendwann später wieder raus machen wollen, dass es dann einfach um einiges leichter geht und nicht irgendwie sofort nach ein, zwei Jahren zum Rosten anfängt. Da es sich hier jetzt um ein Innengewinde handelt, das schon benutzt worden ist, mache ich das noch etwas sauber. Entweder mit dem kleinen Finger, kommt man bei mir recht gut rein, schauen, dass der ganze Dreck rausgeht oder mit etwas Küchenpapier auch noch im Gewinde etwas rumgehen. Wie gesagt, dass einfach der Schmutz rausgeht. Danach nehme ich einmal mein neues Fahrradpedal her und jetzt ist es eigentlich egal, ob auf der rechten Seite oder auf der gegenübersten, also auf der linken Seite, das Fahrradpedal muss Richtung Vorderrad eingedreht werden. Das können wir jetzt auch schon per Hand machen. Das heißt, ich setze einmal mein Pedal schön an. Per Hand, das hat schon angepackt, auf gar keinen Fall irgendwie schief reindrehen, dass uns das Gewinde kaputt geht und jetzt geht es per Hand nicht mehr weiter, weswegen ich meinen Imbusschlüssel wieder hernehme. Hier zählt übrigens auch ganz klar, nachfest kommt ab. Ich gebe also nur leicht Druck drauf. So, das reicht schon und mein erstes Pedal ist auch schon festgemacht. Und dasselbe Spiel wieder auf der anderen Seite genauso. Wie du sehen kannst, beide Pedale sind jetzt angebracht, so wie es auch sein sollte. Sie funktionieren natürlich auch. Doch bevor ich es vergesse, wenn du das Fahrrad jetzt vielleicht eine Woche einmal hergenommen hast, solltest du diese Verschraubung hier noch einmal etwas nachziehen. Normalerweise sollte sich nichts fehlen, denn wenn du mit deinem Fuß hier immer draufsteigst, gibst du ja auch noch Druck nach vorne, also hier nach vorne. Und dadurch zieht sich das Gewinde auch noch mal etwas fester, was hier natürlich auch super ist. Und somit haben wir dann auch schon die Fahrradpedale bei unserem Mountainbike richtig gewechselt. Mit solchen qualitativ hochwertigen Pedalen macht das Fahrradfahren einfach viel mehr Spaß, weswegen ich dir solche wirklich nur ins Herz legen kann. Wenn du dir jetzt solche neuen Fahrradpedale, hier so ein spezielles Fett, Griechöl oder vielleicht sogar ein neues Fahrrad zulegen möchtest, weil deines einfach schon relativ alt und kaputt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.